Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute bin ich mal nicht für euch in Dragonflight unterwegs, sondern wir schauen uns wieder ein paar Infos aus der The War Within Alpha an. Diesmal geht es ums schnellere Leveln und da hat sich einiges getan aus zwei Punkten. Den ersten, den ich euch gleich mal zeigen will, ist, dass Blizzard die XP extrem verringert, die ihr benötigt, um ein bestimmtes Level aufzusteigen. Ihr seht hier, in dem Graph am Anfang, bis Stufe 10, werden wir ein bisschen mehr brauchen, ist aber nicht sonderlich wild, denn in dem Bereich steigt ihr eh sehr schnell auf und dann geht es wirklich gut runter. Ihr seht, ab Stufe 10 bis 20, 30, 40, 50 sind es beinahe 20%, die ihr pro Level weniger braucht. Dann geht es nochmal ein gutes Stück runter, ab Stufe 50 bis fast Stufe 60 sind es dann fast 40% weniger EP, und dann für die Stufen 60 bis 70, also quasi die aktuelle Endstufe in Dragonflight auf den Dracheninseln, braucht ihr bis zu 80% weniger EP, also da wird es extrem gecuttet. Hier unten sehen wir das Ganze auch nochmal in Zahlen, also hier die ersten paar Level gehen dann bis zu 3% rauf, dass ihr mehr braucht und hier seht ihr, sind wir dann bei 16% aufsteigend bis dann knapp 20 auf Stufe 50 und dann geht es ab Stufe 50 bis Stufe 60 oder 59 auf 42% rauf und hier sind es dann in den 70er-Prozentwerten. Da seht ihr auch hier einmal immer die Werte, die wir davor brauchen und die Werte, die wir danach brauchen. Also hier sind sie noch relativ gleichbleibend und wo es dann extrem sich ändert, ist wie gesagt ab Stufe 60, dann brauchte man davor 194.000 und jetzt nur noch 55.000. Oder beim letzten Level knappe 400k und dann nur noch knappe 80k. Also das ist quasi dann ein Fünftel an EP, was ihr braucht und das ist auf jeden Fall schon ein starkes Stück. Hat Blizzard tatsächlich aber in der Vergangenheit schon öfter gemacht und zwar sind die letzten 10 Level meistens von der Dauer ähnlich lang wie alles davor und da ja jetzt neue 10 Level kommen, haben sie wahrscheinlich jetzt das Ganze so angepasst, um dementsprechend wieder auf einen ähnlichen Wert zu kommen. Heißt, das was wir jetzt quasi zwischen 60 und 69 haben, diese Werte, werden jetzt wahrscheinlich zwischen 70 und 79 kommen. Also das verschiebt sich einfach so ein bisschen nach oben. Ich vermute, es wird ähnlich lang dauern, von jetzt Stufe 1 auf Stufe 70 zu leveln, wie in der Expansion von Stufe 1 auf 80, wenn wir es insgesamt nehmen. Vielleicht am Anfang einen Ticken länger, weil man ja noch keine großartigen Bonis hat. Eine zweite Sache, die ich euch noch zeigen wollte und zwar die das Level ein bisschen beeinflusst, ist ein Buff, den wir kriegen. Und zwar ist es so, für jeden Charakter, den wir auf 80 haben, gibt es ein Achievement und wir kriegen 5% mehr EP auf alle Charaktere, die wir leveln, bis Stufe 80. Also wenn es dann irgendwann bis Stufe 90 oder höher geht, dann gilt das tatsächlich nicht, aber bis Stufe 80 kriegen wir 5% EP mehr. Und das Ganze stackt bis zu 5 mal, heißt auf insgesamt 25% mehr EP kriegen wir, wenn wir dementsprechend schon mal 1, 2, 3 und so weiter Charaktere auf 80 haben. Also ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Also hier unten seht ihr die Erfolge nochmal, 2, 3, 4 und 5 und bei den 5 soll es dann anscheinend 25% geben. Was es dann auch noch gibt, um das Level ein bisschen zu erleichtern, ist noch eine weitere Geschichte. Und zwar haben wir noch einen Erfolg, wenn wir zwei Charaktere auf Max-Level haben, dann gibt es ein Toy, wo wir dementsprechend auf die Warbank zugreifen können. Das hatte ich ja euch auch schon mal vorgestellt, die Warbank ist quasi eine charakterübergreifende Bank zwischen allen euren Charakteren. Und das Toy soll man anscheinend auch schon kriegen mit aktuellen Stufe 70, weil das ja die aktuelle Max-Stufe ist. Und heißt, sobald der Pre-Patch rauskommt, müsstet ihr das Toy dann auch kriegen können, wenn ihr zwei Chars auf Stufe 70 habt. Genau, und dann könnt ihr auf eure Warbank zugreifen und euch Items quasi hin und her schicken. 3 Stunden Cooldown finde ich zwar ein bisschen happig, aber gut, sowas kennen wir ja schon von der Stanzpfeife von der kleinen Kati, die uns ein Postkasten ist. Gut, das waren eigentlich so die zwei Punkte, die ich euch zeigen wollte. Ich vermute, dadurch werden wir erstmal vor allem im Pre-Patch deutlich schneller leveln können. Und ja, sobald ihr dann ein paar Chars hochgezogen habt, könnt ihr dann auch bis auf 80 in Warwiffin auch noch ein Stück schneller leveln. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao!